Wirbel um den nächsten Kuss bei der Bachelor. Achtung, Spoiler! Bei einem romantischen Date mit Feuerwerk kommen sich Bachelor Dominik und Kandidatin Emily näher. Doch musste beim Kuss der Regisseur etwa nachhelfen? Wie Zuschauer mit einem TikTok-Video festhalten, wollen sie bei der Szene eine Regieanweisung gehört haben. In der soll Dominik aufgefordert worden sein, die Kandidatin zu küssen. Das Wort Küssen kann man tatsächlich im Hintergrund erahnen. RTL liefert dafür aber eine ganz einfache Erklärung. So läuft nämlich während des romantischen Moments das Lied Prism of Love von Blakey featuring Jones im Hintergrund. Zugegeben, Prism und Küssen hört sich sehr ähnlich an. Dass die Teilnehmer Anweisungen bekommen, stritten auch schon Ex-Rosenkavaliere in der Vergangenheit ab. scrolling, Bis zum nächsten Mal.